Ich komm gleich rüber. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß auch, wo dein Bett wohnt. Jetzt mach bereit. Jetzt ständig warten wir auf dich. Jetzt überdreist es mich. Hast du hier alle Schokobonds aufgegessen? Ey, das gibt's nicht, ey. Was? Das würde ich doch nie tun. Mensch, hier kannst du nichts Süßes lassen. Das wird immer gleich weggefressen. Ja, salziges Karamell. Twix. Was, Twix? Salziges Karamell von Twix. Oh, geil. Leo, ich wollte dich nicht erschrecken. Komm her. Wie zu schubier wie Katzen. Immer doch. Ich wollte sie nur streichen und hab sie dadurch erschreckt. Mit Absicht. Ja, mit Absicht natürlich. So dass sie an die Decke springt. Hm? Ja? Hörst du mich nicht? Ja, okay. Ja, wir hören uns. Gut. Jetzt nur die Frage, ob der andere auch hörbar ist. Hallo? Hallo? Boah, jetzt ziehen wir hin. Oh ja, cool. Hallo, amigo. Espanol? Du kannst aber selber kein Spanisch. Parlez-vous Francais? Ja. Ja, mach, noch mal. Jo. Servus, Cusco. Hallo? Nein, dann hört uns nicht. raus geht zu fragen ob er uns versteht wenn wir auf dem boden sind und er springen soll 9 9 lauflauf da unten ist die turnhalle diesen neuer hinzugebauten gegner ja ich hatte handgranaten war nur es gibt wieder handgranaten ich weiß wir haben ist wieder gepatcht das habe ich ihm vor allem an die ganati oder nein warum sind wir jetzt schon wieder die ganzen verdaten über mir hat sich mit ruse genommen er hat den prügel genommen er hat von mir gesonnen weil ich nur auf der sonne wie geht wo ist der vierte mann alter hier kann ich hochfach achten tag hilft zurzeit baller ich hier eher die dinger ab die ok es war es war ein gegner das wollte ich nicht mitmachen na jetzt hast du meine wumme weggeklaut china die diebische elster jetzt hast du schon mal ein titel für dein video dass du mir was klauen kann ja super da bin ja aber sehr neidisch ja genau so sieht es aus ja da sieht der hat ja auch ein asen aufzumeckern er hat sie mir aber nicht geklaut das weiß ich halt war der nicht nicht da wegfrauen da fangen granaten arno springe ich doch nicht da runter hier war ein handwerker ja hier sind ja gefängnisse cool ich habe die karte ja ich auch naja habt ihr jetzt habt ihr seid ihr in meinem frisor ja nein boah alter ohne mich ja alter hier ist aber vertronen auch auf dem haus schönes oder habt ihr schon wieder alles geklaut wir haben alles geklaut glaube ich sogar alter wie genie hier am saufen ist irgendeiner muss ja saufen die lädt einen becher nach den anderen hier ist eine exp mince geil so wer hat jetzt sniper ich keiner ja warte hier ist ein kleiner tragen wird jemand sammelt ja wir können die toilette benutzen stimmt ja dann lass doch die toilette benutzen genialer eintritt ja du kannst wirklich die diebische eltern sagen kaum hört man irgendwo mit nur im doch kommen wir mit fahrgabend sammelt jemand angranaten auch wieder kommen meine 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 ja unser kollegium müssen wir mitnehmen warte jetzt und da dahinten tun wir dahinten das extrem münze egal hallo der das ist noch Ernst? Ha! Ah! Alter! Ich soll den Bauch dann mit dem tauchen. Tobi, dein Lieblingslied. Oh ne, hör auf! Ja! Oh ne, hör auf! Ja, ne? Kann ich mich eigentlich auch hier drücken? Ja. Ja, hab ich gar nicht drücken. Das sind zwei. Warte! Ach, stimmt. Ja, aber ich kann ja nichts dafür, wenn die den rein tun. Er ist ne XP-Münze. Nein, jetzt nicht. Und dann hat doch ihr die schon. Ne, ich hab sie wirklich schon. Oh, ich brauch Sturmgewehr, Muni. Ja, ich auch. Tobi hat genug. Ich hab gar nichts. Er hat nur sechs Schuss. Ja, weil Genie wieder alles geklaut hat. Wie soll ich denn an viel geklaut haben, wenn ich nix hab? Komm. Aber, wer ist das? Ja, ich hab mich da mal so. Ja, ich hab's nicht mit. Ja, ich hab's nicht mit. Ja, ich hab's nicht mit. Okay, Manuel. Ich glaube, ich sollte das Video lieber Manu mit dem Mob nennen. Nein, nein. So, auf zum Vorratzen. Ah, nein. Das ist aber nichts. Meine, 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 meine. Ich hab uns SC hergefahren. Wink, weg, weg! Manu! Ich nehme die Truhe, wenn ihr euch da so streitet für... Augee, niemal! Nee, keine Lust. Hier ist ein Lagerfeuer. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der... Wolltest er sagen, du hast einen Trauch. Kann ich nicht mal irgendwo eine taktische sein? Nee, ich hab ne grüne. Ja, dann gib mal. Nee, brauche ich selber. So weh! Ach, sein. Hier, ich hab meine. Hingelegt. Oh, nein. Ich muss irgendwo ein Medik hat... Du, 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 du... Medik hat's schlappen. Da ist kein Platz. So, das muss weg. Das muss weg. Das muss, das muss weg. Ich will blow a pump. Oh, hier ist ein Ding. Oh, Manu! Das Ding hat ein Ding gefunden. Was für ein Ding. Was für ein Ding. Was für ein Ding. Ein Ding, Alter. Schnell, und der Kollege, geht weiter. Beeil euch. Ah, warum kann er nicht mehr warten? Ich wollte nur Material sagen. Wow! Auf uns wird geschossen. Von wo? Von wo? Nee, das war ich. Wo du grad markiert hast. Weißt du? Ja. Alter! Ah! Ich krab... Ah, nein! Ah! Nein, Gott! Warum ist der denn nicht? Achtung, hier ist noch einer. Da, ähm... Da! Da! Hinter der Mauer! Da! Boah! Das war jetzt aber arschig von dir. Robi, töt ihn! Töt ihn! Nein! Töt ihn! Töt ihn! Töt ihn! Er baut hoch! Wie sollst du jetzt weg? Er kommt, er kommt, er kommt hier, hier ist er! Ey, aua! Oh, das ist ein zweiter noch! Nein! Das war's! Oh! 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 Du müsste auch ne halbe Stunde da am Haus da rumhauen, ne! Ja, er ist ja mithelfen! Dann wird's schnell! Gute kleine Tobi zickig! Man muss da nicht die ganze Zeit rumstehen und rumhacken! Zickig, den Tobi! Da gleich hin! Okay! Ab! Geht's! Abwärts! Was? Soll ich schon alles raus? Ja! Ja! Natürlich! Irgendwie kann ich unseren Mitspielern immer noch nicht hören! Das ist doch irgendwie nicht mal anders! Ah, scheiß ich wollte eigentlich... Nach der Runde gehen wir mal kurz in die Lobby! Oh nein! Ich wollte eigentlich das... Oh nein! Oh, ich will den Skin ändern und ich... Ich muss mal... Oh, ich muss mal! Oh, ich muss mal! Oh, ich muss mal! Oh, ich muss mal! Oh, ich muss aber... Oh, ich muss aber... Oh, ich muss aber... ...nimmt, glaub ich immer noch auf, oder? Ja! Oh, da ist ein... Da ist ein Gegner! Da ist ein Gegner! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich glaube nicht, dass es irgendwen da draußen interessiert, dass sie immer muss! Doch! Pinkelpause! Mein Gott! Ja! Mach die Kiste auf! Ja! Blaue Pumpkammer, Alter! Ja! Blaue Pumpkammer, Alter! Hier auch schon einer drin! Ah, was hab ich mit den ganzen Pumpgans! Fünf Stück brauche ich jetzt aber auch nicht! Doch! Kannst du Akimbo machen! Ja! Machst du einmal Pam 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 Pam! Ja! Ja! Und schon hast du den ersten Film! Ah, Gegner! Oh! Mano, Gegner! Hier! Ups! Ach doch nicht! Ich... Ah! Gegner, Gegner bei mir, Gegner bei mir! Gegner bei mir! Ah nein! Ah YES! Austin! confident, calm down, calm down, calm down, calm down! Us! Ich bin tot! Ist ich tot! Verdammt! Oh! Okay, los... Abs Israelites für den Shootingarten nerfもう... Ah, die Fresse. Achso, du bist ein Mab. So mal.